Einen wundervollen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Quartlein Natürlich. Heute mit einem, naja, schönen Experiment, das wir nächstes Mal weiterbauen wollen. Und zwar wollen wir uns dieses Mal Suppe bauen. Suppe besteht aus vielen, nennen wir es mal Bestandteilen, okay? Wir können eine Champignonsuppe machen, wir können eine Zwiebelsuppe machen, eine Klößchensuppe und so weiter und so fort, okay? Und ja, wir bauen das jetzt einfach mal. Ihr werdet sehen, warum. Denn heute wollen wir mit Constraints anfangen. Und das Constraint wird sein, dass wir die Zutaten schneiden können, okay? Was, ja, das ist mir tatsächlich einfach nichts Besseres eingefallen. Es tut mir sehr leid. Es gab gestern auch keine Suppe bei mir. Ich mache mir heute vielleicht einen. Aber wir, oh, wir hätten auch Salat machen können. Das gibt es heute bei mir. Naja, mal gucken, okay? Also heute gibt es Suppe. Und die Suppe ist selbstverständlich ein generischer Typ. Das heißt, wir wissen noch nicht, was für eine Suppe es ist, bis wir sie instanziieren. Das heißt, vom Typ T. So. Ähm, und ja, wenn wir die Suppe jetzt bauen, ja, dann haben wir zwar kein Parameter, aber wir wollen eine Variabliche haben, die ist vom Typ Boolean. Wir nennen sie Prepared. Das heißt quasi, ob die Suppe fertig vorbereitet ist. Ähm, und das ist selbstverständlich ein Boolean, wie wir gerade gesehen haben. ist gleich False. Wenn wir sie bauen, die Suppe, also wenn wir quasi die Suppe anfangen, dann ist sie natürlich noch nicht fertig. Wir müssen sie erst mit einer Methode fertig machen. Das heißt, wir sagen hier Fun, ähm, Prepare. Und hier setzen wir einfach unser Prepared auf True. Aber um die Suppe vorzubereiten, müssen wir sie schneiden. Und, also die Zutaten quasi schneiden, ja. Und die Zutaten, naja, das ist in dem Fall nur eine Zwiebel, eine, ein Champignon, whatever. Ja, ähm, also Zutat, nur eins, damit es einfacher ist, ist natürlich von unserem Typ Tee. So, und, ähm, den generieren wir einfach mal. Wir bauen uns nämlich ein neues Tee. Wie wir sehen können, ist das leider nicht möglich. Das heißt, hier muss das Ganze einfach zugewiesen werden über Zutat, über das, äh, über den Konstruktor. Das heißt, wir sind hier nicht ganz so frei, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Aber, ja, ähm, wir haben immerhin die Möglichkeit, das als Konstrukt, im Konstruktor mitzugeben. Und hier sagen wir dann, okay, Zutat, Punkt, Cut. Ja, wobei, ich sollte bei einer Sprache bleiben, ne. Wir sollten das nicht Zutat nennen, wir sollten das, äh, ich erinnere das kurz. Okay, so, wir haben jetzt hier also ein Ingredient, Punkt, Cut. Okay, und, ja, jetzt wollen wir selbstverständlich eine Champignonsuppe machen. Okay, Achtung, Klaas, ähm, Champ, oh Gott, wie schreibt man Champignon? Champignon, ich glaube, so schreibt man das. Ähm, brauchen wir eigentlich nichts reinmachen. Und hier haben wir einfach nur die Funktion Cut, ja. Diese Funktion ist nicht generisch, diese Funktion ist einfach eine ganz normale Funktion, die uns ganz normal, was in der Command-Line ausgibt. Und wir schreiben hier rein, you just cut a Champignon. So, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade Champignon geschnitten. So, wunderbar. Und jetzt bauen wir uns unsere Suppe in unserer Main, selbstverständlich. Main, ähm, ja, Fun-Main meine ich natürlich. Ähm, ähm, das heißt, wir haben hier eine Soup vom Typ, vom Typ Soit scheinbar. Ähm, eine Vase, selbstverständlich, vom Typ Soup. Ähm, und zwar, wir wollen eine Champignonsuppe haben. Das heißt, wir sagen, hier ist gleich Soup. Und hier bauen wir uns einen neuen Champignon rein. So, das ist quasi jetzt unsere Suppe, okay. Und was wir jetzt hier machen können, ist, wir wollen diese Suppe natürlich preparen. Und dann wollen wir sie essen. Fun, äh, eat. Return, äh, beziehungsweise nicht return, ähm, Printline. Yummy, so. Okay, also mehr nicht, ja. Ähm, wobei wir hier natürlich überprüfen müssen, ob prepared gleich true ist. Und falls ja, dann ist es, äh, dann wird yummy ausgegeben. So, und ja, jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Und das ist das Problem, was wir hier jetzt lösen wollen. Und zwar, wenn wir hier Soup.prepare schreiben, dann haben wir hier das Problem, dass Ingredients geschnitten werden. Das heißt, der Champignon wird geschnitten. Logisch, oder? Ähm, und nach dem Preparen wollen wir sie eigentlich essen. Problem ist, es wird niemals dazu kommen, wie wir auch gleich sehen werden. Denn, ähm, ja, wir können sie nicht preparen, weil eben hier Cut. Also ich meine, Champignons sind offensichtlich schneidbar. Wir haben hier diese Cut-Funktion. Aber Ingredient ist von der Klasse T. Und nicht jedes Objekt der Klasse T ist schneidbar. Okay. Und was wir jetzt eben deswegen haben, ist folgende Situation. Wir können hier nicht jedes T akzeptieren. Wir können im Endeffekt nur jedes T akzeptieren, dass diese Funktion Cut hat. Und was man dazu macht, ist eigentlich, man schreibt sich ein Interface, also Interface Cutable, ja. Und hier rein definieren wir uns einfach unsere Abstract Fun Cut. Wobei, wie ihr wisst, muss man das Abstract hier ja nicht mal reinschreiben, weil es ist ein Interface. Und Interfaces sind immer quasi abstrakt. So, und wir haben jetzt hier dieses Fun Cut. Und das heißt, wir implementieren jetzt dieses Interface hier unten. Und sagen, okay, wir erben jetzt von Cutable. Und dieses Cut hier ist einfach ein Override. So. Und jetzt haben wir quasi eine Situation, also jetzt müsste man quasi noch die Zwiebeln als Cutables definieren und so weiter und so fort. Und das können wir hier mal ganz schnell machen, weil im Endeffekt Zwiebeln, damit wir einfach auch eine Variation haben. Wobei, nee, wir machen das jetzt nicht. Und jetzt, was wir hier machen müssen, ist, wir definieren uns, okay, dieses T, das muss auf jeden Fall Cutable sein. Also nehmen wir einfach Cutable und plötzlich können wir diese Funktion Cut aufrufen. So, jetzt, das ist ein Constraint. Das bedeutet, dieses T hier muss jetzt ein Cutable sein. Das heißt, es kann ein Champignon sein. Es kann aber auch genauso gut ein Onion sein, eine Zwiebel sein. Ähm, you just cut an Onion. Ähm, on-on, Onion, bitte. So. Das heißt, es kann eine Zwiebel sein. Es kann aber auch ein Champignon sein. Es kann alles sein, was eben dieses Interface Cutable implementiert. Denn wir brauchen dieses Cut. Wir müssen diese Funktion Cut aufrufen können, damit wir diese Suppe eben bauen können, okay. Und so habt ihr quasi ein Constraint erstellt, mit dem ihr euer, ähm, zwar immer noch einen generischen Typen habt, aber einen limitiert generischen Typen. Das heißt, es ist jetzt plötzlich nicht mehr möglich, Integer in eine Suppe reinzuschmeißen, weil Integer-Suppe gibt es halt einfach nicht. Ja, es gibt halt von mir aus Zahlensuppe. Aber Zahlensuppe ist trotzdem mal was anderes. Okay, die kann man nicht schneiden, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ähm, man kann zum Beispiel auch keine Strings oder Floats oder sowas hier reingeben, sondern eben nur Dinge, die dieses Cutable Interface implementieren. Und dann hat man eben auch die Möglichkeit, auf diese Funktionen, die mir garantiert werden, in diesem Interface zuzugreifen. Ich kann hier so viele Funktionen definieren, wie ich möchte. Ich kann jetzt aber nicht hergehen und sagen, fun, ähm, do something, ja. Print line Hans-Peter. Ähm, jetzt kann ich nicht diese do something Methode in meinem Schamilion aufrufen, weil ich habe hier nur das Limit Cutable. So, aber ich kann nicht, also ich kann alles machen, was ein Cutable kann, aber ich, jedes, ähm, jedes Element, was hier reingesteckt werden muss, muss das können. So, und wenn ich jetzt hier Cutables nur reinstecken kann, dann kann ich auch eine Onion reinstecken. Eine Onion hat aber diese Funktion do something nicht. Nur ein Schamilion hat die. Das heißt, wenn ich do something aufrufen möchte, dann muss ich hier mein Interface limitieren auf Schamilions. Und dann kann ich plötzlich auch do something aufrufen, dann kann ich aber keine Onions mehr reinstecken. Das geht dann nicht mehr. So, und, ja, deswegen haben wir hier solche Constraints, damit wir eben immer noch möglichst flexibel sind. Versucht die so locker zu halten wie möglich, aber natürlich so streng wie nötig, damit ihr alles machen könnt, was ihr eben in eurer Suppe machen müsst. Okay? Ja, ähm, Vererbung macht in dem Fall nicht wirklich Sinn, weil es geht ja nicht darum, dass wir hier eine Suppe als Unterklasse von Champignon haben, weil das macht einfach thematisch überhaupt keinen Sinn, sondern es geht eher darum, ähm, wir haben quasi, ein Container für Champignons, mit dem wir spezielle Sachen, oder ein Container für Cuttables, mit dem wir spezielle Sachen machen, die nur Cuttables können. Okay? Ja, und deswegen haben wir eben hier dieses Interface und eben diese Constraints. So, nächstes Mal ein kleines interessantes Gedankenexperiment bezüglich Untertypen. Und mal gucken, ob ihr da raufkommt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.